Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Am Puls. Bei uns geht es heute um die Immuntherapie, eine moderne Behandlungsmöglichkeit bei Krebserkrankungen. Wie das in der Praxis aussehen kann, schauen wir uns gleich genauer an. Jetzt unterhalten wir uns erstmal drüber und zwar mit Prof. Dr. Martin Treppel. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Treppel, Sie sind der Direktor des ICCA, des Interdisziplinären Cancer Centers Augsburg, hier am Universitätsklinikum. Und damit sind Sie zuständig für sehr viele verschiedene Arten der Krebsbehandlung. Wir wollen uns heute aber über die Immuntherapie unterhalten. Wie lange ist die denn quasi schon mit in Ihrem Portfolio, sage ich jetzt einfach mal? Es gibt ganz unterschiedliche Formen der Immuntherapie. Einzelne davon wenden wir schon über 20 Jahre zum Teil an. Zum Teil die Stammzelltransplantation zum Beispiel ist ein immuntherapeutisches Verfahren, was schon lange verwendet wird. Aber in der Breite, dass wir ganz viele verschiedene Patienten, viele verschiedene Tumorkrankheiten mit Immuntherapie behandeln können, ist vor allem in den letzten vier Jahren eigentlich so geworden. Klären wir doch mal auf, was ist eine Immuntherapie. Definieren Sie es doch bitte mal für uns. Eine Immuntherapie zielt darauf ab, dass das Immunsystem des Patienten oder der Patientin gegen die eigene Tumorkrankheit mobilisiert wird. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise passieren. Entweder indem man den Patienten, das wäre die einfachste Form, die man immer sich gewünscht hat, die aber nie funktioniert hat, eine Impfung gegen Krebs. Das Wichtigere ist aber heute eigentlich geworden, dass man Substanzen verabreicht, die das Immunsystem stimulieren können oder enthemmen können. Und die dritte Form wäre eine, die entweder in Form der Stammzelltransplantation schon ganz lange existiert und jetzt in einer ganz neuen Form nochmal auf einer höheren Ebene angeboten wird, dass man dem Patienten ein neues Immunsystem sozusagen schafft. Ein Immunsystem, das schon geeicht ist, sozusagen diese Tumorerkrankung des Patienten zu bekämpfen. Wie läuft sowas ab? Also mit dieser neuen Form der Immuntherapie ist es so, dass man Patienten, die an Krebs erkrankt sind, Immunzellen entnimmt und diese Immunzellen so verändert, gentechnisch, im Labor außerhalb des Körpers, dass sie ganz spezifisch Strukturen auf den Tumorzellen erkennen. Und dann werden diese Zellen stimuliert, auch noch außerhalb des Körpers, und dann den Patienten wieder verabreicht nach der Aufbereitung. Und im Körper dann erkennen die sofort die Tumorzellen, wo immer sie lokalisiert sind, weil die über das Blut verabreicht werden, und bekämpfen die dort. Ist das nur bei bestimmten Krebserkrankungen möglich oder einsetzbar? Das ist nur bisher bei sehr wenigen Formen der Krebserkrankung einsetzbar, vor allen Dingen bei Lymphdrüsenkrebs und bei Blutkrebs, also Leukämien und Lymphomen. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten zehn Jahren da große Entwicklungen stattfinden und dass das dann auch bei anderen Tumorerkrankungen möglich ist. Die andere, viel verbreitertere Form der Immuntherapie, wo man einfach mit Infusionen das Immunsystem enthemmt, sozusagen, das geht bei viel mehr verschiedenen Tumorerkrankungen. Das geht bei Lungenkrebs, bei Nierenkrebs, bei Hautkrebs, bei ganz vielen verschiedenen Tumorarten wird das inzwischen eingesetzt und zum Teil mit sehr, sehr großem Erfolg. Wo sehen Sie denn speziell jetzt die Vorteile gegenüber anderen Behandlungsmöglichkeiten bei der Immuntherapie? Es gibt eigentlich zwei große Vorteile. Der erste Vorteil liegt in der Verträglichkeit. Bei vielen Formen der Immuntherapie haben wir eine viel bessere Verträglichkeit als bei anderen Formen der Krebstherapie. Vor allen Dingen bei der in den letzten Jahren sehr weit verbreiteten, einfachen Infusionstherapie, in dem das Immunsystem stimuliert wird durch Antikörper. Da merken die Patienten häufig so wenig von dieser Therapie, dass sie ambulant gut durchführbar ist. Die Patienten müssen also nicht längere Zeit im Krankenhaus sein dafür und merken sogar manchmal während des gesamten Verlaufes einer sich manchmal über zwei Jahre oder so etwas hinstreckenden Therapie nicht, dass sie eigentlich eine Tumorbehandlung bekommen. Manchmal gibt es allerdings auch Nebenwirkungen, die dann in Form von Autoimmunerkrankungen zum Beispiel auffällig werden. Die sind aber Gott sei Dank meistens nicht so schwerwiegend oder so selten, dass das den ambulanten Betrieb überhaupt nicht stört. Andere Formen der Immuntherapie allerdings verlangen dann schon den stationären Aufenthalt, gerade diese ganz neuen Formen wie die KT-Zelltherapie. Und der zweite große Vorteil ist, dass es eine Möglichkeit gibt, viele Krankheiten zu behandeln, die wir bis vor fünf Jahren gar nicht behandeln konnten, mehr effektiv. Also auch in zum Teil sehr fortgeschrittenen Tumorsituationen können wir jetzt mit einer Immuntherapie über lange Zeit Patienten in einer guten Lebensqualität stabil halten. Zum Beispiel beim Nierenzellkrebs, zum Beispiel beim Lungenkrebs, beim schwarzen Hautkrebs, dem Melanom und inzwischen bei der überwiegenden Zahl von Krebserkrankungen, zuletzt sogar bei einzelnen Formen von Brust- und Darmkrebs, wo das möglich geworden ist. Das klingt so, als würden Sie große Stücke draufsetzen in der Zukunft auf diese Therapieform, aber ist denn auch jetzt schon irgendwie klar, dass dem Ganzen auch irgendwo Grenzen gesetzt sind? Da sind wahrscheinlich Grenzen gesetzt, muss man sagen. Allerdings haben wir das in der Vergangenheit schon häufig gedacht und sind von der Immuntherapie jetzt sehr überrascht worden. Also die letzten vier Jahre haben bei der Immuntherapie Entwicklungen gezeigt, die wir alle nicht für möglich gehalten haben, sodass wir Patienten auch mit sehr fortgeschrittenen Tumorerkrankungen zum Teil über sehr viele Jahre quasi beschwerdefrei und nahezu krankheitsfrei halten können, was früher nicht denkbar war und dies bei relativ guter Lebensqualität. Deswegen die Grenzen jetzt festzulegen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber es werden Grenzen da sein und Tumorerkrankungen sind einfach so, dass sie immer wissen, wie man Schlupflöcher findet, um einer Therapie dann schlussendlich doch zu entkommen. Und ich glaube, wenn man das Thema Krebs ganz besiegen will, wird man in Zukunft die Immuntherapie brauchen. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber sie wird ergänzt werden müssen durch andere zusätzliche Maßnahmen. Okay. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für den Einblick in die Immuntherapie. Vielen Dank, Professor Treppel. Bitteschön. Und wie das Ganze konkret aussehen kann, wie diese Therapieform umgesetzt wird, das schauen wir uns jetzt an.